Megastar Michael Jackson ließ alle Deutschlandkonzerte im Sommer und Herbst platzen. Was dahinter steckt, gleich im VIP-Clip. Michael Jackson, es sieht wirklich so aus, als wenn sein Auftritt im vergangenen Jahr bei Thomas Gottschalks Wetten, dass der bislang letzte war. Gestern Abend gab sein Management bekannt, dass Michael Jackson alle sechs bis acht in Deutschland geplanten Konzerte abgesagt hat. Heute Morgen wurde die Hiobsbotschaft nochmal bestätigt. Jetzt müssen die Fans des King of Pop also ganz tapfer sein. Denn begründet wird die Absage nicht mit irgendeiner Laune des Megastars. Nein, die Fans werden ihr Idol nur als Konserve bewundern können, weil sich Michael von den deutschen Finanzbehörden benachteiligt fühlt. Seit dem 1. Januar nämlich will Obereintreiber Theo Weigel ausländischen Stars immer mehr von dem abknüpfen, was den Stars noch wichtiger ist als ihre Fans. Ihr Geld. Unser Theo Weigel erlebt in diesen Tagen etwas ganz Außergewöhnliches. In seinem Büro türmt sich die Fanpost. Die Absender sind aber nicht begeisterte Anhänger des Finanzministers. Nein, sie sind Anhänger von Megastar Michael Jackson. Der klammert nämlich Deutschland bei seiner nächsten Welttournee aus. Begründung? Überhöhte Forderungen der deutschen Steuerbehörden. Seit dem 1. Januar müssen ausländische Künstler wesentlich mehr Geld an den deutschen Staat abführen und somit würden Jackson-Auftritte in Deutschland unrentabel werden. Armer Jackson, Theo und arme Jackson-Fans. Michael Jackson. Er ist der Superstar der Popmusik. Seine Konzerte ziehen Millionen an. Weltweit sind sie ausverkauft. Michael Jackson geht nun auf Welttournee. Nur nach Deutschland wird er nicht kommen. Die Konzerte hat er in dieser Woche abgesagt. Schuld ist Theo. Der Finanzminister will vom Amerikaner Jackson 160.000 Mark für die deutsche Steuerkasse und das für jeden Auftritt. Ich weiß nicht genau, wie viel er zahlen muss, weil ich meine, eigentlich hat er ja genug Geld. Er verdient ja genügend Geld, da kannst du wirklich ein bisschen was von abgeben. Der arbeitet so mühsam und dann nehmen die ihm das ganze Geld weg für die Steuern. Also ich finde das gemein. Wer in Deutschland Michael Jackson sehen will, dem bleiben nur die Videos. Schade. Tja, wenn die Bonner Sparkommissare bei ihrer Linie bleiben, kann es passieren, dass Deutschland bald zur Pop- und Rockfreien Zone erklärt wird. And it's bad news for Michael Jackson fans in Germany. He's cancelled plans for German dates on his forthcoming European tour. Apparently Michael will not be performing the six gigs planned because of the high tax rate he'd have to pay in Germany. Michael Jackson zum Zweiten. Seit bekannt wurde, dass der King of Pop seine Deutschland-Tour abgesagt hat, weil er laut dem neuen Steuergesetz für ausländische Künstler zu viel in Weigl's Kasse zahlen muss, toben die Fans vor Wut. Und nicht nur die. Vor allem die Konzertveranstalter befürchten, dass man hier bald kaum noch echte Superstars live on stage erleben kann. So hat jetzt auch der irische Schmusebade Christe Berg angekündigt, dass er seine Konzerte in Deutschland absagen will. Der adelige Star hat null Bock drauf, den Finanzbehörden höhere Steuern in den Hintern zu blasen. Übrigens, auch ACDC drohen jetzt mit der Absage ihrer Deutschland-Tournee. Die deutsche Steuer und Michael Jackson. Vor vier Tagen erst hatte Jackson alle Konzerte in Deutschland platzen lassen. Die Künstlersteuer war ihm zu hoch. Jetzt macht ein netter Brief den Fans neue Hoffnung. Absender ist ausgerechnet der Bundesfinanzminister. Theo Weigl hatte ja kürzlich die Künstlersteuer von 15 auf 25 Prozent geschraubt. Nun gibt Weigl Superstar Jackson folgende Steuerberatung. Wenn Jackos Konzertkosten tatsächlich so hoch sind, dann sollte er statt Künstlersteuer doch vielleicht die Einkommenssteuer geltend machen. Bettina Beinecke berichtet. Michael Jacksons Sparpläne halten Theo Weigl ordentlich auf Trab. Der Superstar kommt er nun oder nicht, die Fans jedenfalls sind riesig enttäuscht. Weigl hat offenbar Angst zum Buhmann der Nation zu werden. Und deshalb der Brief an den Multimillionär. Ich habe das gelesen in der Zeitung, dass Michael Jackson wegen mir nicht mehr nach Deutschland kommt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Noch aber ist es wahr. Und so bittet Weigl, lieber Michael Jackson, sie sollten ihre Entscheidung, Konzerte in Deutschland abzusagen, noch einmal gut überdenken. Michael Jackson habe ich noch nicht gehört. Aber die Rolling Stones im letzten Jahr war ich mit meinen Kindern dort. Und insofern weiß ich das, was das für die junge Generation bedeutet. Auszug aus dem Brief. Sie haben bestimmt Verständnis dafür, wenn sie in Deutschland steuerlich nicht bevorzugt werden können, gegenüber ihren zahlreichen Anhängern, die hier auf ihren Auftritt warten. Michael Jackson muss nun erst mal nachdenken. Morgen ist er im Phantasialand bei Köln und fährt dort Achterbahn. Ganz steuerfrei, versteht sich. Vielleicht könnte Theo mitfahren. Michael Jackson has been asked to think again over not playing in Germany. The Finance Minister Theo Weigl has written to Michael after he decided to cancel the German leg of his tour because he would have to pay a huge tax bill. Herr Weigl says thousands of fans would thank him if Michael reconsidered. In return, Herr Weigl would come to some compromise regarding the tax. Eigentlich wollte Michael Jackson für mehrere Konzerte nach Deutschland kommen, aber mit der Steuer wird es zu teuer und die Frage der Woche lautet demnach, kann man noch gegensteuern? Wir versuchten heute ein Treffen zwischen Michael und Weigl zu arrangieren und baten den Popstar ins Finanzministerium zu einem Gespräch unter vier Augen und zwei Brauen. Ein Schock für die Fans. Michael Jackson hat seine Tour in Deutschland abgesagt. Wegen der Erhöhung der Künstlersteuer würde er bei einem Konzert 160.000 Mark Verlust machen. Das will der Megastar nicht. Nie mehr nach Deutschland? Darüber ist ganz offenbar das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine dicke Überraschung. Michael Jackson auf dem Weg nach Bonn. Die Frage der Woche, was passiert, wenn Michael Jackson, Theo Weigl und andere Spitzenpolitiker treffen wird? Die Fahrt in der Luxuskarosse kann sich Gekko zwar noch leisten, dennoch ist unser Popstar stinkt sauer wegen der neuen Steuer. Da hilft nur noch ein Gipfeltreffen. Zunächst muss Gekko aber herausfinden, wo denn genau dieser Weigl residiert. Wir erleben jetzt soeben die historische Begegnung zwischen den Sprechern der Bundesregierung, Herrn Peter Hausmann und ein Megastar. Das ist er nicht. Ja, ich spreche Englisch, aber du bist nicht. Ja, du musst dich auf die Grau-Reindorfer Straße schauen. Das ist das Office und so. Aber du bist nicht Michael Jackson. Da sind sie sich sicher? Ja, es fehlt hier dieser. Tschüss. Grau-Reindorfer Straße, der Sitz des Finanzministers. Unser Michael Jackson hat sich vorher allerdings bei Theo Weigl nicht angemeldet. Er will ja in eigener Angelegenheit Herrn Weigl sprechen. Es geht um seine Steuern. Dann muss er vorher einen Termin ausmachen. Ja. Und dann kriegt er einen schriftlichen Termin und dann wird er auch empfangen. Ja. So geht das nicht. Weiter zum Langen Eugen. Gekko trifft hier den CSU-Steuerexperten Hans Michelbach. Wir haben ihn hier mal mitgebracht. Hey, hallo. Hallo. Es gab ein Steuerschlupfloch. Viele Showmaster, viele Bundesliga-Kicker, viele Künstler haben leider in Belgien Wohnsitz genommen. Es gab ja, dass sogar elf Bundesliga-Kicker in einer Wohnung angeblich gewohnt haben. Und das war natürlich ein Steuerschlupfloch. Dies mussten wir schließen. Deswegen haben wir die Steuerpauschale von 15 Prozent auf 25 Prozent angehoben. Die Sekretärin hält ihn für den richtigen. Leider ist es heute doch nicht zu der historischen Begegnung zwischen unseren Michael Jackson und Finanzminister Theo Weigel gekommen. Der Megastar hat unter den Politikern in Bonn allerdings viele neue Fans gefunden. Und vielleicht kommt er ja doch noch einmal nach Deutschland zurück und singt und tanzt dann auch. Schade. Jetzt hatte ich mich so gefreut auf das Gipfeltreffen Weigel und Jackson. Wer von der Jackson-Fans zuziehen wollte, bat den Sänger doch zu kommen. Sein Lockruf, er plane eine neue, gerechtere Steuerregelung für ausländische Künstler. Christian Berger über einen ausgefallenen Brief. Der Meister ist wieder in Deutschland. Doch ist das wirklich in dieser Kölner Buchhandlung Pop-Superstar Michael Jackson? War es ein Double oder nicht? Nein, das war der echte. Ich habe ihn in die Augen gesehen. Die Teenies in der Domstadt sind glückselig. Doch vielleicht versteckt sich der richtige Jackson, wo er seinen Fans zur gleichen Zeit in diesem Nobelhotel unter einem Sauerstoff zählt. Nur eins ist sicher, Jackson wird nicht in Deutschland singen. Jacko ist böse, weil Finanz-Theo die Steuern auf die Gagen ausländischer Künstler pauschal erhöht hat. Angeblich so Jacksons deutscher Veranstalter Mama-Concerts, müsste der Multimillionär in Deutschland bei künftigen Auftritten sogar draufzahlen. Wir nehmen eine Million Mark Auszahlung an Michael Jackson. Davon müsste er knapp 30% Steuern zahlen, verbleiben 700.000. Er hat aber ungefähr ca. 850.000 Mark Produktionskosten, ganz grob im Schnitt. Und daraus ergibt sich ein Zuschuss von ungefähr 150.000 Mark. Musikfreund Weigl reagierte prompt. Schriftlich wandte sich der Herr des leeren Steuersäckels an den Popstar. Lieber Michael Jackson, Sie sollten Ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Und der Finanzminister verspricht, schon für das Jahr 1996 eine Änderung des Einkommensteuergesetzes. Mit freundlichen Grüßen, Theo Weigl. Hierüber habe ich mich sehr gefreut, denn es zeigt einen Respekt vor einem herausragenden Künstler unserer Unterhaltungskultur. Von derlei persönliche Ansprache durch Theo Weigl kann jeder Normalsteuerbürger nur träumen. Und die Konkurrenz wundert sich, denn Stars wie Tina Turner denken gar nicht daran, ihre Konzerte abzublasen. Für meinen Begriff ist das eine ganz gezielte Meldung, die dafür sorgen soll, das Thema Jackson heiß am Kochen zu halten, um dann im nächsten Jahr umso besser zuzuschlagen. So tragisch es für die Kölner Teenies ist, dass sie ihr Taschengeld vorerst nicht ihrem Popidol opfern können, Michael Jackson ist in der Tat der Letzte, der wegen des zu Recht umstrittenen Steuerknüppels für ausländische Künstler der Herzschlacht trifft. Lieber Michael, lieber Theo, euer Streit rüttelt an den Grundfesten der Republik. Vor allem, weil dieses Land und sein Finanzminister zur Zeit keine anderen Probleme haben. Michael Jackson, jetzt könnte er eigentlich wieder nach Deutschland kommen, der King of Pop. Denn unser Schatzmeister Theo Weigl hat im Streit um die Künstlersteuer eingelenkt. Statt der 25% Pauschalsteuer können Jackson und Kollegen auch Unkosten abrechnen. Das wird die Fans freuen und vielleicht gesellt sich der Theo ja auch mal dazu. Er schließe kein Konzert aus, sagte Weigl. Allerdings würde er lieber die Koalitionsrunden besuchen. Wegen des größeren Unterhaltungswertes. Der Kircht offers foreign Pop stars a better tax deal wenn sie in Deutschland performen. Sie kann zahlen 25% flat rate oder file a normal tax return. Der German Finanzminister, Theo Weigl, sagte, Now no one kann gehen, mehr zu können. Der Minister hat eine pienst стар, die Jackson in der German Press hat, die ihn sei, die Begründung desbursts. Die taxe in Deutschland wären nie höher als das von den Germanen Tausparts. Die same income. So will Michael Jackson now change his mind and take his tour zu Germany? Wir verhängen Sie, wie Sie informiert. Die gute Nachricht für alle Jacko-Fans. Michael Jackson wird nun doch in Deutschland singen. Alle Informationen hierzu gleich im Anschluss. Fans werden jetzt wahrscheinlich vor Freude aus ihrem Fernsehsessel springen. Er kommt nun doch. Völlig überraschend hat Popkönig Michael Jackson angekündigt, ich werde in Deutschland auftreten, egal wie viel Steuern ich dafür bezahlen muss. Heiko Knaute und die Meldungen des Tages. Heute Mittag gab es die überraschende Wende. Michael Jackson sind die hohen Steuern in Deutschland egal. Im Sommer nächsten Jahres will er wieder Konzerte geben. Die Fans haben es immer gewusst, Michaels Liebe zu ihnen ist größer als seine Wut auf deutsche Steuern. Gut so, denn arm werden ihn die Steuern ja schließlich nicht machen.